Herzlich Willkommen bei Paddouts. Ich bin Anja. Und der Uhu hier ist Niko. Ich bin Windwärts Dosenkontor Niko. Auf gehts bei Yoshis Wohligi World. Nee, warte. Yoshis Crafted World. Stop, stop, stop. Man, da kommen wir auch durcheinander, ey. So. Das ist genauso wie Kirby. Da gibt es ja auch tausend Millionen Dingsis. Level. Oh, bei Kirby haben wir uns auch gehasst. Mit Recht. Sitz doch auf, oder nicht? Ja. Ich verstehe die Frage nicht. Wir haben ein bisschen Angst. Doch, man ist so ein Styropor-Bädchen. Oder so ein Tischtennis-Bädchen. Auf die konnte man rauf, ne? Ja, so war das. Oh, die sind süß. Wow. Okay, das ist definitiv kein Koop-Level. Weil sie so fett sind. Naja, wenn du jetzt hier zu zweit so rumhüpfst, glaube ich, wird das echt schwer. Warum kommt er denn her? Er hat von oben herab geschwebt. Oh, guck mal, wie majestätisch. Ja, also... Oh, guck mal, er da unten. Oh Gott, der ist voll hart am Püßeln. Machst du, machst du, machst du was? Okay. Du hattest grad nicht mal deinen Controller in der Hand an. Ich hab das genau gesehen. Ja, weil ich an meinem Fuß gepiekt hab. Echt? Ich bin gleich aufgefallen. An irgendwas habe ich gepiekt, so. Oh, guck mal, ein kleines Bibi. Willst du nicht... Nein. Bist du tatwesend? Was ist los? Ich nicht den Fuß geguckt hab. Das ist voll das Netz. Äh, Nest. Voll das Netz. Ich hab immer Angst, dass man hier unten einmal sein muss, weil da dann so ein Tragezeichen trüppel... Trüppel? Hast du den da oben gesehen? Der hat dann ein Blümchen. Oh mein Gott, wie viele Blumen gibt's denn hier? Alter, die wollen jetzt richtig quälen, oder? Ei, ei, ei. Oh. Oh mein Gott. Oh, ich wusste. Das ist richtig. Titte. Oh Gott, das... Und... Oh, das war doch nur die Eins. Hab ich mir irgendwie besser vorgestellt, was ich da tue. Mit rechts, mit rechts. Ja. Yoshi-Münze. 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 Und die da unten. Ach, wie er flattern muss, wenn wir ja auf ihn drauf sind, ey. Was wollen wir uns damit sagen, dass sie fett sind? Ja, zu zweit. Wenn es die dich ja hochgeflattet kommt. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Okay. Wir müssen, glaub ich, erst nach links hier, ne? Ja. Oh, 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 oh. Ach, wie einfach wo du in den rüber gerannt bist. Oh nein. Oh nein. Oh. Soll ich abspringen? Nein, hab's geschafft. Mit Schaden nehmen. Oh. Oh Gott. Ich fühl mich auch wie ein Arsch irgendwie auf den ganzen... Was ist das? Möwen? Ja, ich glaube. Um zu hüppen. Alba-Schrosse. Eilbar drin. So, wieder unten checken, ob da was ist. Nee. Oh, das könnte so ein Dreh-Ding werden. Oder, warte, erst mal die Feinde. Weil wenn das jetzt was zum schnell sammeln ist, dann sind die alle im Wehen. Das hab ich mir auch gedacht. Okay. Okay. Und das ist was zum Sagen. Aha. Das war clever. Das ist ein Geschenk. Stimmt. Das hat sich gut angefühlt. Okay. Ich frag dir mal ab einfach. Warte, versuch mal ein Herz zu erwischen. Wenn es geht. Nach der 10. Oder so. Es reicht. Wir haben das. Wir haben ja Herzen voll. Darum ging es mir nur. Okay. Weil Münzen sind ja jetzt... Da wird ja keine Rote sein. Warte, der pustet, glaub ich, der Shy Gay, oder? Oh, Gott! Du hast hier getötet. Ja, ein bisschen mies ist das schon. Oh, Gott. Das passt doch. Oh, nice. Oh. Warte, ich töte erst mal die Kleinen. Oh, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ich töte erst mal die Kleinen. Oh, du bist halt schlechter... Warte, warte, warte. Du bist halt schlechter Yoshi. Mach dich... Mach dich Schuss bereit. Jetzt könnte alles passieren. Vielleicht dreht sich die Map wieder. Okay. Oh, Gott. Siehst du sie irgendwo? Nee. Da ist sie. Oh. Wow. Ich hätte ewig gebraucht. Ich töte kurz die Kleine. Für mich sahen die alle glücklich aus. Du hast ganz normal alles glücklich gesehen. Ja, das war mein Happy Face. Oh, guck mal. Du kannst wieder in die Netze. Komm, hier ist doch irgendwo was, oder? Ich wollte schon sagen, das wäre so... Das war zu auffällig. Oh. Oh, nice. Ach, ich bin zu dumm. Jetzt. Aber bis jetzt... Ach, ich bin so voll gut. Ja. Also die Map ist auch viel angenehmer, als ich es mir vorgestellt habe. Habe. Ja, weil du im Condor bist. Du gleitest dahin nur. Das stimmt. Das ist meine Condor-Power. Er so... Die sind so fett. Okay. Da mit ihm schaffe ich das. Brauche ich einen da ein bisschen? Das wird was. Das wird was. Ja. Oh Gott, ich will das nicht. Mit der Uhr. Ich hoffe, das wird sich nicht drehen. Okay, mach. Schieß sie ab. Scheiße. Oh, mein Gott. Nico, geh weiter nach rechts. Ah, Mann. Oh, toll. Achso, ich bin das. Ich bin enttäuscht. Ich muss den ganzen Scheiß doch nochmal spielen. Gibt's, ist es plötzlich Scheiß, ja? Pff. Dabei bin ich extra so ruhig geblieben. Komm, was ist ein Stern hinten im Vulkan oder was ist das? Ja, den müssen wir bestimmt sammeln, oder? Ja, also von den lächelnden Sternen habe ich schon ein paar gesehen, deswegen... Ich hab mich voll demotiviert. Eben war noch alles toll, was hier passiert ist. Boah, was ist denn mit ihm? Ja, das ist ein bisschen übereifrig am Pusten da unten. Ja, da wird irgendwas sein. Da, rechts. Okay. Heute hast du es nicht so mit Zielen, ne? Ja, das hat sich vielleicht auch bewegt, du Nappel. Da nimmt lieber Schaden, bevor das Ding runterfällt. Oh, mein Gott. Voll fies. Du bist ein schlechter Yoshi. Münzen? Münzen. Münzen. Ja, Münzen. Ja, Münzen. Ist dieser einfach fix nichts? Ja, ich kann. Ist hier unten, weißt du? Sieht so aus, weil da unten auch Vogelviecher sind. Ja, wir gucken mal, müssen die Map ja eh wiederholen. Was sagst du, ist so ein Englischwicht so? Da ist ein Dings gewesen. Warte, warte. Das war bestimmt die Blumlee-Fass hat, ne? Ja. Kannst du das abschließen, oder? Warte, ich schaff das. Okay. Ach. Ah. Hat mir jetzt alle Blumen, oder fehlt da noch eine? Äh, die eine fehlte, die wir verkackt hatten. Vielleicht mein, mit ihnen abschließen. Danach, danach fehlte keine mehr, okay. Ja, dann war da unten tatsächlich nichts. Oh, Gott. Ah, das hätte so schön sein können. Ja, wir hätten weiter rechts auf dem Vogel sitzen müssen. Nee, das lag daran, dass du den links dreimal verfehlt hast. Halt die Becken. Sitzt du mal auf dem fliegenden Vogel und trefft er was? Ey, ich bin extra stehen geblieben, damit du das in Ruhe machen kannst. Ja, der Vogel hat sich ja trotzdem bewegt. Ja, ein Müh. Du, warum legst dich ein Müh? So, jetzt gehen wir schnell wieder zur Stelle, aber vorher holen wir uns die Outfits. Ja, die brauchen wir jetzt als Motivation. Oh, der Müh im Kopf. Hast du gesehen, der erste ist kostenlos. Oh. Einmal kostenlos. Ich bin nervös. Was ist doch nicht so spannend. Wow. Eine Soda-Flaschendeckel. Eine Soda-Flaschendeckel. Eine Soda-Flaschendeckel? Nein. Die so schön hat geprickelt in meiner Bauchnabel. So, ja. Gib. Gib sie mir alle. Ja. Ja, der Kachamon. Pop. Oh. Riesenwasserblark. Was ist das denn goldenes UFO? Es gibt bestimmt auch einen Lavablark, oder? Wow. Apfelsabstüte. Ein Bodenbirdie. 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 Oh, ein bisschen Nest. Das sieht echt schlimm aus. Bodenbirdie Nest. Ein UFO. Ja. Ein riesen Feuerblark. Ein lavabottich. Okay. Das ist die ultimative. Das ist irgendwie alles andere cooler gewesen. Wollen wir als Blaks rumrennen? Blark. 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 los retten wir die welt blog wir haben es jetzt noch mal schnell durch wahrscheinlich für und dasselbe noch mal verkehrt rum dann noch 10.000 gefallen aber ich weiß nicht die map ok ja ich habe halt so richtig nervigen luftscheiß erwartet wo man permanent runter fällt und so jetzt müssen wir uns beilen hier schnuffeli schnuffelo verkehrt rum ist das komisch ja es ist wirklich voll komisch verkehrt rum ich finde hier alles so falsch an voll versteckt hat er sich ich weiß irgendwie nicht wohin ich fliege ich weiß irgendwie nicht wohin ich fliege ich weiß nicht das ist ja das ist ja da ist also ich weiß nicht war jetzt okay aber irgendwie war die nicht nicht cool verkehrt rum also bei den meisten maps hat dir das noch mal so eine andere perspektive gegeben und hat sich irgendwie cool gespielt aber hier es hat sich so leer angefühlt weißt du als wäre dann irgendwo irgendwas nicht begeistert von der stage nicht begeistert ok 50.000 bitten das wird das schlimmste lächelnde dinos was braucht er dann blag fällt ja ich kann nicht auf dem schirm aber da habe ich ja das richtige outfit spucken wir uns gesehen in den mund der mensch wenn ich meinte ein einschmeißen halt das ist auch nicht viel besser ich verstehe ja das ging tatsächlich schnell ich in der kantine wir machen jetzt eigentlich selber weil die keine beine haben ja wir haben doch gesehen wie krass ich springen können der eiergartenboden body toll der war relativ zum schluss oder oder dass wir noch mal da ist er auch ein bisschen die haben wir den ich als outfit ja oder für das gewesen voll gut zufrieden wahrscheinlich noch nicht mehr kommen mindestens noch drei gott der habe ich gar nicht gesehen ich habe so gesagt das sind die origami dinos ja aber ich habe nur diese diese flug dinos gesehen aber den habe ich aber gesagt da unten ist ja sogar ein bild in den sammeln wir die hat sind die lava mit ihm dann haben sie wahrscheinlich wirklich gefaltet und dann modelliert nachdem dieses gefaltet haben das haben sie mit ganz vielen so hier gemacht ich bin der familienmitglied mit seiner hatte man ja schon mal mit gesehen dramatisch ich verstehe aber bis jetzt ging es eigentlich ich bin auch der meinung ist einfach besser geworden das war voll okay ja ich wünsche auch doch hier drei es gibt drei ich habe es gesehen ich hätte gehofft wir müssen dann nie wieder zurück ich fand rückwärts ging es aber rückwärts und jetzt ufos abflacken das ist die herausforderung ja schaffen wir schon du musst ja du bist ja abschießen ich musste nur schlecht denken genau du musst abschießen ich muss abstürzen da kommt der nächste da kommt der nächste und beschmissen okay einer noch ich glaube der ist dann zwischen den ganzen anderen oder doch da 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 ist es doch was wie wie konntest du den treffen ich weiß auch nicht wow irgendwie das war schon das war schon krass das war glück gutes aiming oder können jetzt kommen mindestens noch zwei sachen oh man der ist einfach nie zufrieden was eierkartonblume die habe ich nie gesehen blühte eine bei den schwebenden bellen die sind überall die sind überall vielleicht sieht man das auf dem beispiel bild das ist ja so präzise irgendeine schnörkelblume mal finden wir schon schauen wir schon das sind zwar so eine eierkartonblume aber die haben ja kein stil gab da ist sie das die wäre mir aufgefallen wie spät ihr die ins level gepackt ja ich hatte ein bisschen panik dachte so sehr toll jetzt haben wir die verpasst jetzt müssen wir es noch mal machen vor allem der tipp war dass sie bei diesen schwebenden eiern ist aber war ja gar nicht egal wir haben es geschafft jetzt mindestens das war es jetzt verdammt da ist ja der peter als peter das ist die schwebenden eierkartonblume die schwebenden wege die schwebenden das kurz genießen die glücklichkeit die neu an für glücklich er ist jetzt nicht obwohl er dreht sich glücklich im kreis es geht noch davon gab es echt drei stück ich habe zwei gesehen der letzte der war so positioniert wie der erste quasi ja manche gekritzt ist ein bisschen nervig dass man seinen seine eier verrät immer aufteilt das war so klar das war so klar und du hattest auch recht mit fünf stück ist auch so langweilig kack sterne sammeln weißt du gibt mir eine plagstatue also einer war direkt am anfang der andere ganz am ende dazwischen waren noch drei ich weiß einer ist auf jeden fall an so einem schloten ende quasi von so einem vokanen aber es ist es sommerberg und schluss ich ohne ausgefahren oder so der enthängt am berg irgendwer wie so ein schuriken reingeworfen ich dachte ich kann nicht mehr sagen ok wieder eins das hab ich drauf meinst du da unten eigentlich nicht ne ich kann es mir nicht vorstellen dass am ständen überrascht steil da irgendwo hängt da ist einer ach so ja trotzdem verwischt der war irgendwie so in die map eingearbeitet hat den jetzt gar nicht geahnt ich glaube einer hängt jetzt noch so halb drinnen und taucht immer so rein und raus und der letzte ist halt ganz am schluss ja wir schauen mal wir kriegen das hin da ist er da ist er der Adler auch hab du gesagt er taucht da immer so rein und raus naja jetzt kannst du eigentlich bis zum kurz vor ende durchrushen mussнут die sondern noch die richtig der ESS ho hat und soll ist komplett der level spielen wir haben schon wieder so viel münzen so viele outfits gibt es ja gott sei dank ja das ging doch aber ja das war okay alle grinsen blumen höhenhochland gefunden und beim nächsten mal geht es dann in die dschungeligen gefilde nach oben ich hoffe ihr hattet spaß wir hatten welchen sequenziell also liken teilen kommentieren abonnieren oben links ist das allerdings oben rechts ist wahrscheinlich die playlist von joshi und links und rechts und irgendwelche anderen verrückten playlist